Ich hab alles anzüttelt, hilf mich grad! Denn das ist der Hummel! Also es ist der Müller! Das mach ich nicht! Das ist der Müller! Ich muss doch nur mitpirieren! Das müssen wir uns tun, sondern was soll ich das machen! Ich kann nichts dafür! Den Baum hat kapiert! Ich habe aber mir kapiert, wenn mir nichts zu trinken was! Was soll ich denn jetzt tun? Ich bin die persönlichen Mädchen! Das ist nur ich! Du wartet nur auf unseren Kunst! Das ganze Ähnste nicht reinzuschicken, ha? Er ist keine Lösung! Was ist dein Problem? Sag's mir! Mein Problem bist du! Und du und du! Ihr seid mein verdammter Problem! Ja, alles! Los, ihr Einziger! Ich darf mich nicht an meinem eigenen großen Abwachs! Hört drauf! Lass gut sein! Fertig! Ist euch aufgefallen, dass er als Einziger nicht abnimmt? Der frisst heimlich den Schwein! Dieser Mistkerl fährt eine ganz krumme Truhe! Hör auf damit rumzuschmieren! Ich versuch mit dir zu reden! Was hast du vor, Josh? Wir werden die verdammte Tür aufmachen! Ganz egal wie! Meine Rede, Mann! Dann ist doch alles gut, was mein Bruder sagt! Du meinst, dein Heilbruder! Da heißt nichts davon? Weißt du, was abgeht? Ist doch klar! Wir gehen hier unten drauf! Sag mir, wo du gern wärst! Die Tür ist verschweißt! Und wir haben nur einen Schutzanzug! Wir haben keine Chance! Man hat immer eine Chance! Wir gehen hier! 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 Untertitelung des ZDF, 2020